Hi, ich bin der Valdi. Ich sende hier von meiner Werkstatt auf dem Zweier in Hannover. Und das ist jetzt mein erstes Video auf YouTube. Und das Ergebnis ist ein bisschen was Neues. Ich erzähle euch jetzt mal für den Anfang ein paar Witze. Und zwar, der erste, ein Pastor und ein Rabbi wohnen nebeneinander. Und kommen eigentlich auch gut klar miteinander. Und der Pastor hat mal einen guten Tag und denkt sich, er wäscht das Auto vom Rabbi, weil der ist dreckig. Und macht er, und wo der Rabbi das sieht, geht er zum Auto vom Pastor und montiert den Auspuff ab. Und als der Pastor den dann fragt, was das soll, meint der Rabbi, Joa, ne, hab mein Auto getauft, jetzt hab ich das beschnitten. Ja, der nächste ist so ein bisschen aus dem Horrorsame. So, es ist Wetternacht, Friedhof, zwei Gräber öffnen sich, zwei Skelette kommen raus. Meint das eine so, ja, was wollen wir denn heute Nacht machen? Meint das andere, na, klarer Fall, wir fahren Motorrad. Also, suchen sie sich ne Maschine, schließen die kurz. Wollen losfahren, meint der eine so, ja, hey, warte noch mal kurz. Geht noch mal zurück, kommt mit dem Grabstein unterm Arm wieder. Meint das eine andere Skelett so, ja, äh, was willst du mit dem Grabstein? Meint das andere Skelett, ja, äh, was ist das heutzutage kostet, wenn man ohne Papiere erwischt wird? So, und last but not least, was heißt Rabbi auf Französisch? So, das war's dann soweit auch von mir. Bis dahin, tschüss, schönen Tag noch. Und Stimmung! Helmet!